Oh, 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 hey, 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 da ist ein Viech! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, pssst! Alter, okay, mein's gut, ich höre Kohle an, weil... Ist wer da? Ja! Achso! Fuck! Ich, ich, es ist weggekommen. Ja. Okay. Nein, 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 Fake Voice! Fake Voice rechts von mir. Okay. Da rechts ist ein Fake Voice gewesen. Ja, ich höre auch was. Was hat Fake Voice gesagt? Eine andere Brücke. Da ist schon wieder ein Fake, links. Ich höre nichts. Oh, da ist das Gefühl, es ist weg. Es kommt wieder. Oh, ich gehe in meinen Versteckwörtertisch. Gibt es weg, das Sterben alle auf einmal? Ja. Warum ist das? Ich habe rot Getausch. Oh, Gott. Ist das sicher? Ist das sicher? Oh, Gott. Ist das sicher? Lass uns ja nicht. Ja, die Gefühle. Ja, die Gefühle. Oh, oh, oh. Was ist das? Oh nein. Was ist das? Vielleicht. Das ist ein Ego. Ja. Können die sich gegenseitig fressen? Geh weg! Geh weg! So, gehen, solange es weg ist. Was ist das? Oh, oh. Nein. Was ist das für ein Streichelzoll unten? Oh Gott, Streichel. Ich geh jetzt, ich geh jetzt. Ich muss das oft sagen, oder? Ich wechsle mich bitte, du du bist so. Mama! Warte, Vincent! Warte, 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 warte. Aber ich geh dann einfach. Gehen wir einfach. Das ist wirklich, das ist ein Streichelzoll. Es ist viel zu viel los, Mann. Wir gehen einfach. Nein, wir holen das Duff, oder? Da war doch was oben. Ja, stimmt, wir hatten noch was. Du geh rein, ich mach Walkie Talk. Ja, warte, ich mach auch das Walkie Talk, ja. Okay, passt, ich bin da. Tschüss. E, wo lebst du noch? Wir gehen. Was, was? Da ist das alles, der Streichelzoll. Das ist alles oben. Alles oben? Das sind alle Viecher, Mann. Geh du rein? Echt? Ja, geh wir einmal rein. Nein. Sicher? Hallo? Okay. Okay, was siehst du? Ich sag ja mal, gehen wir, gehen wir einfach, gehen wir einfach. Tschüssi. Gehen wir einfach. Alter. Bevor da draußen auch noch. Bevor da draußen auch noch. Alter, mein Herz, ich kann nicht mehr. Okay, wir kommen, okay. Okay, oh scheiße, jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Oh nein. Sebo? Sebo, bist du tot? Nein. Aber da ist was, da ist was, komm. Schnell. Wo bist du? Bei diesem Turm-Ding. Ah, war das nicht da, wo... Wo bist du runtergecharpt? Was hieß? Da ist irgendein komisches Viech. Ich weiß nicht, was hieß. Er schaut aus wie ein Kiwi. Bist du noch da? Fuck. Okay. Wenn wer lebt, das tut mir leid. Okay. Shit.